Seit dem Frühjahr 2020 erlebt die Hochschullehre einen tiefgreifenden Wandel. Der Grund dafür, die Corona-Pandemie, war dabei nicht nur Bremser für den Präsenzunterricht. Sie fungierte vor allem als Katalysator für die digitale Lehre. Viele Konzepte und Methoden warteten geradezu darauf, in den praktischen Lehrbetrieb zu gelangen. Unsere Lehrenden an der FAU haben eine Vielzahl an Veranstaltungen in die digitale Welt überführt und unterstützt durch das Institut für Lerninnovation. Die besten davon haben wir mit unserem Schnelldigital-Lehrpreis Alex in verschiedenen Kategorien prämiert. Diese Best-Practice-Beispiele haben eines gemeinsam. Sie kopieren nicht einfach den Präsenzbetrieb ins Digitale. Sie generieren Mehrwert durch die digitalen Methoden. Und sie führen dazu, dass sich die Studierenden oft besonders gut betreut und aktiviert fühlen. Nehmen wir Blended Learning-Szenarien, die zwischen selbstgesteuerter Arbeit mit asynchronen Stud-on-Lernmodulen und synchronen Veranstaltungen wechseln. Durch sie sind Studierende oft sehr gut auf Prüfungen vorbereitet. Denn mit Lernfilmen, Simulationen und anderen Medien als Vorab-Input erleben die Studierenden die Lehrveranstaltung selbst als intensive Qualitätszeit. Das Lernen mit Lernfilmen im eigenen Tempo, die Kollaboration mit Online-Werkzeugen, Experimente zu Hause unter Anleitung selbst durchführen bis hin zur Lern-App. Das sind Anwendungen, die von den Studierenden als besonders wertvoll eingeschätzt werden. Dazu kommen die vielfältigen digitalen Prüfungsmöglichkeiten in den verschiedenen fachlichen und kompetenzorientierten Kontexten. Sie können Aufwand bei den Lehrenden verringern und den Studierenden schnellere Ergebnisse liefern. Lassen Sie sich von den Filmporträts unserer Reihe Digitale Lehre – Good Practice inspirieren. Nutzen auch Sie die Konzepte, die bereits andere erfolgreich umgesetzt haben. Und wenn Sie selbst Ihr digitales Lehrszenario vorstellen möchten, sprechen Sie mit uns. Vielleicht sind auch Sie bald Good Practice Star unserer FAU-Filmreihe. Good Practice Star unserer FAU-Filmreihe 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 Untertitelung des ZDF, 2020